Tja hallo und dein Herz kommt zurück zu Mass Effect Andromeda und wie noch mal dabei ist der Smokong. Servus. Und unseren beiden Randoms. Und auch deine Lieblingsmap. So muss das. So muss das. So unihorn das. Du und deine Map. Ist doch cool. Wenn alle mitmachen auf dem Dach. Schlecht ist es nicht. Bist du keine Frau auch? Was hat hier überhaupt verwaffen? Weiß ich auch nicht. Ach, wir mal sehen. Was schon schief geht. Was hast du hier genuschelt? Was? Oh, ich weiß auch nicht. Du weißt nicht, was du genuschelt hast? Nö. Sie befinden sich auf feindlichem Territorium. Sichern Sie diese Position und bleiben Sie wachsam. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Da sind sie ja. Der fliegt weg. Ja. Autsch! Wer stirbt? Wer tut der weh? Das ist wirklich mal gesetzlose. Ey, die hat man ewig nicht mehr. Ja. Ist er tot? Boah, er haut ihn knapp. ist er tot? Achtung, wir haben den Hintern auf! Der Weg ist auch, gibt er noch? Das ist Ja Okay Hier ist noch einer Zwei Läuft bis jetzt schon mal ganz gut, mal gucken wie lange Bis jetzt Gut, das war wohl in der ersten Runde Naja, der erste Runde sowieso immer Dann fängt es wieder an Oh Oh Das ist so gar keiner Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Die? Oh, noch nach, da hat noch ein paar Ja, genau. Hä? Los! Was denn? Was denn? Hatsun ist auf mich geschossen. Ich müsste nachladen. Mach doch. Nur noch drei? Zwei. Eins. Läuft. Ich komm mit. Oh, wir müssen wieder hacken. Na, wer ist denn jetzt halt zum Schluss? Wo ist denn hacken? Wo fängt es an? Unser Geheimdienst braucht einige Daten von ihrer Position. Äh, wo geht man hin? Suchen Sie nach einem Zugang. Es gibt nur einen. Achso, ja. Autsch. Da neben. Da neben. Das hat mich noch in Ruhe. Oh shit. Oh shit. Oh god, hallo. Wo denn? Da! Ja. Boah, ist hier erlischt. B2C, wow! Ja, na. Zu viel Explosion. Je mehr Explosion, umso besser. Ja, aber wenn's zu viel ist, dann sieht man nicht mehr wo, wie, wo, was ist. Weißt du? Egal. Du sollst ja aber nicht gucken, du sollst schießen. Ich müsste meinen Mund hier holen. Ja, der hat bei mir ja. Das war's für den Moment. Der war bei dir. So. Hab ich nur gesagt. So. Ey, du sagtest, der ist bei mir. Ja, ist und der war. Sie bekommen Gesellschaft. Was hast du denn gesagt? Ist er ja jetzt? Wie ist das hier im Verstecken hier? Oh. Mein Blüter. Die Kroganer sind eigentlich immer das Gemeinste hier oben. Oh, noch nachladen. Oh, die Spieger. Ich bin unterwegs. Besten Dank. Ich bin unterwegs. Da ist er. Jetzt bin ich unten. ja ja wo ist wer ja schon gut das ist eh schon tot wie ist es sich mal verstecken was sind denn du Eckstein, Eckstein, alles muss noch Eckstein und wo? da hingehen da, 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 da fliegt das nenne ich mal eine überzeugende Leistung, halten sie sich bereit okay alle fünf schon? ja, alle fünf krass ja, wir werden mehr haben ein bisschen mit allen ui ja, da doch mal nach hier, oh, jetzt sterbe ich jetzt liege ich hinter dir ja bist ja mal nachlied manchmal ich lieg oh, dahin, ja ich geb ihnen Rückendeckung danke ja aua oh, da ist noch da, äh äh oah teamet liegt gefallen äh ich fliege gerade runter, bin so auf auf der Terrasse ne, du liegst da oben ja, ich liege auf der Terrasse ne, ich liege unten auf der Radterrasse ich hab ne schöne Aussicht ja danke hui ach du scheiße äh, ich liege schon mit auf, was? das ging schnell, soll ich mich wiederbeleben, oder? ich komm okay das ging echt schnell, das ging oh, äh, äh, ich wollte abhauen der ist hin das ist der große oh, Mist ja jetzt bin ich ruhig oh, da vorne blöde Sau, ey was? wo? oh, Leute Leute, Leute, Leute ich, ich muss mich wiederbeleben, so bist du doof? ich wohne gerade bei dir ja hör, da waren wir, sagst du nicht ich hab doch gesagt, ich komm jetzt liege ich alter du bringst dich echt aus dem Konzept oi jetzt liege ich ich wollte dich gerade wiederbeleben hast du doch ach Leute brauch schnell Muni brauch schnell Muni wohin? danke ne, Quatsch ich lauf doch nicht hier durchs ganze Rehe hier Einen hab jawoll gute Arbeit Team so das war ne Runde jetzt ey, und ich hab das Ding ohne Cobra weggemacht ich wollte eigentlich hinten dir noch helfen, denkst du bin dazu gekommen? ach nö, Datenquellen bevor wir die Verbindung holen ich geh auch A A, A, wo ist denn A? A auf dem Dach B A, und da hingenommen A A A a A A A A A Da gehören wir uns nicht mal auf den Arsch da hinten. Rechen. Ja, genau da. Datenübertragung abgeschlossen. Alter. Schießt du? Ich hab hier kein kleines Hundproblem. Und die zwei Rechten die hier noch stehen, die Kaiserrechts nehmen uns. Ich bin C. Kommst du mal hoch? Ich bin C. C, C, C. Wo ist der C? Da. Kannst du wohl nie entscheiden. Hinter uns! Da ist doch nichts. Warte, der eine von uns gerade. Du machst du mal los. Okay, ich lass dich demnächst sterben. Okay, mach das. Also so richtig liegen lassen. Ja. Daten sind eingegangen. Das war's. Okay. Wir haben's fast geschafft. Oh. Das war's. Das war's. Das war's. dahinter laufen! Teil weiter. Hol'n wir uns den letzten. Sie haben sämtliche Gegner eliminiert. Jawoll! Die zwei Randoms sind gar nicht mehr so ungeil. Die können was. Jupp. Ne, nur weil es doch vorbei ist, dass ich gestorben bin. Hä? Was halt? Ne. Oh oh. Ein Pack-Klops unten. Ich bin mit auf da. Oh. Ich gebe ihnen Deckung. Oh. Ich wollte mal auf dem Tag verschwinden, es sind zu viele. Leute, ich glaube ich nicht so langsam. Langsam. Oh jetzt, wie zeigt das? Oh. Oh shit. Tod. Wo bist du? Im Boden? Ja, im Boden. Oh. 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 Ach, das ist ein Gegner. Und? Ja, und der eine von uns rennt so rum die Gegner, oder? Das ist ein Gegner hier. Ja, aber der eine hat dieselben Farben. Ja, passt, ja. Oh. Ist denn nicht los? Ich bin tot. Ich muss mich wiederbeleben, schneller. Und jetzt schnell hin. Äh, jetzt schnell zum... Äh, du hast noch neun Sekunden. Ja, 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 ja. Bin da! Alter, fuck, fuck, fuck. Den hab ich noch erwischt. Wir machen unseren Job. Einer von uns lag doch das gerade. Äh, ich nicht. Ich hab noch den Bersager noch schnell eliminiert. Kurz zum Schluss hat's den End von unserer Niedergehalten. Ah. Ich muss mich schnell noch wiederbeleben. Sonst wär ich nicht mehr allein gekommen. Ich war dort oben erst eingekesselt auf dem Dach. Ich komm noch nicht gleich weg. Dann hab ich versucht wegzukommen. Da haben sie mich übelst angehettet. Und dann log ich. Okay. Ratzhauks hat's nie geschafft. Ja. Naja. Oh, geiles Match. Ja. Genau. So, naja. Das war's mal wieder für heute. Wenn's euch gefallen hat, macht ein Like oder schreibt was in den Kommentaren. Oh, da bin ich ja sonst, wenn ich das nicht schon gemacht hab. So, das war's. Bis denn. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.